Ja, das ist natürlich eine riesengroße Frage. Die KI hat verschiedenste Auswirkungen. Zunächst ist ja mal die interessante Frage zu stellen, was wir unter KI eigentlich verstehen. Also viele Menschen reden von KI und meinen damit eigentlich übliche Computeranwendungen. Von KI, vor allem von generativer KI, würde man ja erwarten, dass es sich um Systeme handelt, die selbst etwas hervorbringen. Also zum Beispiel textbasierte Systeme. Und die bringen ja durchaus Diskussionen zunächst mal durcheinander. Das kann man doch sagen. Auch das sind zwei sehr große Fragen. Also der Nutzen besteht natürlich darin, dass es viele Anwendungen gibt, die in der Lage sind, durch Mustererkennung und Rekombination von Elementen Dinge in kurzer Zeit zu tun, die wir mit unserem Bewusstsein so leicht nicht hinkriegen. Also wenn man an die Steuerung zum Beispiel von Verkehrsströmen oder von Energieströmen oder ähnlichen Dingen denkt, dann sind natürlich KI-Anwendungen welche, die in ganz kurzer Zeit in der Lage sind, aufgrund von Mustern, die vorher natürlich eingespielt sind, gute Lösungen hervorzubringen. Die Gefahren bestehen wahrscheinlich eher darin, ob man dann diese Kontrollinstrumente selber wieder kontrollieren kann. Also eigentlich ist es ja so, dass die ganze Sache darum geht, Kontrolle über Prozesse auszuüben. Und das hat natürlich etwas Segensreiches, weil man bestimmte Dinge machen kann, die so einfach mit anderen Mitteln nicht möglich sind. Aber es ist eben auch ein Kontrollproblem, bei dem man sich die Frage stellen muss, ob man die Systeme selbst wieder kontrollieren kann. Und das gilt natürlich auch für textbasierte Systeme. Also wir stellen JetGPT eine Frage und wundern uns dann, dass JetGPT so ähnlich antwortet, wie das, was man auch rausgekriegt hätte, wenn man selbst recherchiert hätte, sodass man sich fragt, was ist daran eigentlich intelligent? Meine Anschlussfrage daran ist eher, was ist eigentlich an uns intelligent, wenn solch ein System das ja eigentlich nur stochastisch misst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für den nächsten Satz ist, zu klugen Sätzen kommt. Vielleicht funktionieren wir ja so ähnlich wie diese KI. Das wäre für mich die provokative Herausforderung der ganzen Sache. Das ist eine Diskussion, die wird über alle Techniken geführt. Ja, also alle Techniken finden ja in einer Gesellschaft statt und es ist immer die Frage, wofür man sie eigentlich anwendet. Also wir haben das schon diskutiert im Hinblick auf die Spaltung von Atomen, von Nukleartechnik. Wir haben das diskutiert bei Techniken, die man segensreich einsetzen kann und in Waffentechnik einsetzen kann. Wir haben das natürlich schon bei den Medien immer diskutiert. Wenn ich mir heute vorstelle, wie man in den 50er und 60er Jahren das Fernsehen eingeschätzt hat. Ja, das waren so ähnliche Diskussionen wie die, die wir heute auch über die sozialen Medien formulieren. Also dass niemand mehr Erfahrungen aus erster Hand hat, dass das eigentlich ein sehr vereinfachte, verflachte, das war das Wortspiel, weil der Bildschirm flach ist, verflachte Informationen bekommt, dass wir eigentlich nicht mehr so tiefgehende Informationen und Wissen bekommen, wie wir das beim Lesen haben. Und dadurch würde die Welt zugrunde gehen. Heute haben wir das Problem, dass wir natürlich in einer Echtzeitform mit so unglaublich vielen Informationen beschallt werden, die natürlich über Digitaltechnik funktioniert. Ob das KI ist, ist noch die Frage. Die Algorithmen sind meistens eine Mustererkennung, die gewissermaßen diese Dinge einigermaßen steuert. Und das hat einerseits die Möglichkeit, dass wir viel einfacher an Informationen, an Wissen, an andere Perspektiven kommen. Das hat ja einen demokratisierenden Effekt. Jeder kann über alles was rauskriegen. Dafür haben wir lange gekämpft. Auf der anderen Seite verbreitet sich dadurch natürlich auch Wut, Fake News hatten sie genannt. Ja, auch die Mobilisierung, sagen wir mal, von Formen, die man nicht so gerne hätte. Und das ist eben ambivalent wie jede Technik. Welches Problem löst Digitalisierung und künstliche Intelligenz? Also das ist eine funktionalistische Frage. Also ich frage mich nicht, was das ist, sondern warum es eigentlich so wahrscheinlich ist, dass diese Techniken überall eingesetzt werden. Und ich komme als Soziologe natürlich auf die Erkenntnis, dass das die Komplexität der Gesellschaft irgendwie bearbeitet. Also wir haben es inzwischen mit so komplexen Fragen zu tun, die in relativ schneller Zeit verarbeitet werden müssen, dass Mustererkennung immer weniger über das läuft, was wir in unserem Kopf machen, was wir in gewissermaßen Interaktionssituationen unter Menschen machen, sondern diese Techniken dafür verwenden, sehr viele Informationen zu verarbeiten und durch Mustererkennung zu Praktikabilitäten zu kommen, um das mal so kompliziert zu sagen. Das sind unterschiedliche. Ja, also wenn man ökonomisch damit arbeitet, macht man was anderes, als wenn man wissenschaftlich damit arbeitet. Jemand, der Geschäfte macht mit Plattformen, muss sehr schnell Informationen verarbeiten, was man wem irgendwie anbieten kann. Unter militärischen Gesichtspunkten geht es um die Mustererkennung, sagen wir mal das, was man früher Feindbewegung genannt hat. Und für Staaten oder für Rechtssysteme ist es auch eine Kontrollmöglichkeit dessen, was in der Gesellschaft stattfindet. Für die Polizei ist es sehr interessant, so etwas wie forensische Dinge zu tun, also Strafverfolgung und Ähnliches. Und in den Literaturwissenschaften kann man womöglich damit rauskriegen, von wem Texte stammen, deren Autorinnen und Autoren wir nicht kennen. Also breiter kann die Anwendung eigentlich nicht sein. Also vielleicht sollte ich sagen, es geht nicht nur um die Wissenschaften. Also diese Dinge werden ja auch außerhalb der Wissenschaften verwendet. Also eigentlich überall. Ich habe ganz am Anfang schon erwähnt, dass man etwa die Energietechnik, wird man nicht ohne intelligente Verteilungssysteme in irgendeiner Weise in einer komplexen Situation verarbeiten können. Und moderne Ökonomien sind geradezu darauf angewiesen. Also ich meine damit Unternehmen darauf angewiesen, auch mithilfe von Informations- und Wissensverarbeitung etwas über ihre potenziellen Kunden oder über Märkte, über die Entwicklung von Märkten und Ähnlichem zu erfahren. Für meine Disziplin ist es insofern interessant, als wir ja interessanterweise schon etwas Digitales durch empirische Sozialforschung ohnehin tun. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und eine Statistik darüber bekomme, wer sich warum wie verhält. Also wir kennen das etwa aus der Prognose von Bundestagswahlen. Da gibt es ja diese geradezu wie Zauberei aussehende Möglichkeit, mithilfe von 2000 Befragten ziemlich genau rauszukriegen, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht. Und wenn ich das anwende, dann stelle ich fest, dass wir in den Sozialwissenschaften ja auch Mustererkennung betreiben. Also wir sagen ja, die Leute tun ja nicht einfach das, was ihnen so in den Kopf kommt, sondern wir fragen uns, warum tun sie das eigentlich in Abhängigkeit zu ihrer sozialen Lage, zu ihren ökonomischen Ressourcen, zu ihrem Wissen, zu ihrer Klassen- oder Schichtzugehörigkeit, zu ihrer kulturellen Herkunft, zu ihren Aufgaben, die sie haben. Und das ähnelt ja doch sehr stark dem, was Digitaltechnik für unterschiedliche Instanzen der Gesellschaft tut. Deshalb würde ich ja sagen, ist Digitalität etwas, was für die Soziologie gar kein Fremdkörper ist, sondern wir sind eigentlich vergleichsweise, wie soll man sagen, verwandt miteinander, weil wir ganz ähnliche Denkungsarten verwenden. Am Entscheidenden scheint mir zu sein die Zurechnungsfrage. Also Ethik hat ja immer mit der Frage zu tun, ist unser Handeln eigentlich richtig oder falsch? Ist es im weitesten Sinne gut oder böse? Und die Frage zu stellen, wie man eigentlich Entscheidungen, die technisch bedingt produziert werden, jemandem zurechnen kann, ist ja eine ethisch ziemlich schwierige Frage. Also in der Medizintechnik kennen wir das ja. Also wenn eine Narkose zum Beispiel von einem intelligenten System gesteuert wird oder wenn ein Automobil von einer intelligenten Technik gesteuert wird, dann stellt sich wirklich die Frage, wie man bei Abweichungen, bei Unfällen, bei Störungen damit umgeht und wem man das eigentlich zurechnet und wie viel Risiko wir eigentlich bereit sind, um, sagen wir mal, einzugehen. Ja, wir kennen das ja als Menschen. Wenn ich einen Fehler mache, dann würde man sagen, Armin Assehi ist nur ein Mensch. Menschen machen Fehler. Diesen Satz würden wir bei intelligenten Techniken nicht hinkriegen. Das ist ja nur eine KI. KI macht also Fehler. Und das ist ja etwas, was im Alltag überall vorkommt. Ja, also wenn Sie heute in einem Airbus Fly-by-Wire-Systeme haben, die ja nicht nur einfach Signale über ein Kabel weitergeben, so wie der Nabe das impliziert, sondern ein Rechner dazwischen geschaltet ist, der berechnet, was der Pilot wohl mit der Bewegung an diesem Joystick gemeint haben könnte, dann stellt sich ja die Frage, welche ethischen Konsequenzen das hat, wenn die Dinge falsch programmiert sind oder wenn sie tatsächlich fehlerhaft designt sind. Das sind Fragen, die ethisch sehr relevant sind. Das Zweite ist, hängt auch mit der Verantwortung sozusagen zusammen, was Kontrolle angeht. Also diese Techniken sind natürlich Kontrolltechniken und sie produzieren womöglich mehr Transparenz in der Gesellschaft, als einem lieb sein kann. Also Versicherungen, Krankenversicherungen zum Beispiel, die könnten mit mehr Daten viel bessere Geschäfte machen, weil sie ziemlich genau wissen, wen sie nicht aufnehmen, wenn man sozusagen über Mustererkennung feststellen kann, dass jemand ein bestimmtes Krankenprofil hat, kann man ziemlich genau berechnen, wie viel der wohl in der nächsten Zeit kosten wird. Also werden wir ihn nicht versichern. Und das ist ja nicht so, dass es das nicht immer schon gab. Ja, wir kannten solche Daten schon vorher, aber jetzt gibt es womöglich Zugriff auf Daten, den wir nicht mehr rechtlich und technisch kontrollieren können. Und das ist eine entscheidende ethische Frage, die im Raum steht. Und das sind jetzt zwei Beispiele, man könnte noch zig andere nennen. Und sie haben eigentlich alle damit zu tun, wem rechnen wir eigentlich die richtige oder falsche Handlung zu.